Auf dem Bild sehe ich drei Personen, drei Personen, eine Frau, einen Mann und ein Kind. Sie sehen glücklich aus, sie sitzen auf dem Tippisch oder Boden im Kinderzimmer. Im Hintergrund kann man ein Babybett und einen kleinen Schrank sehen. Das Zimmer ist viel hell und sie hat schöne Farbe, die Familie sehen vielleicht Hochzeit wurde. Ich glaube, dass der Vater ihrer Tochter gesagt hat, du siehst deine Mutter, wie sie war und haben zusammen Lachen.